Britische Hardrock-Legende Magnum-Gitarrist Tony Clarkin ist tot Vor über 50 Jahren gründen Tony Clarkin und Bob Cadley in Birmingham die Band Magnum. Mit kräftigen, melodischen Rock-Songs werden die Briten auch in Deutschland sehr populär, jahrzehntelang gehen sie unermüdlich auf Tour. Jetzt ist Clarkin überraschend gestorben. Der britische Gitarrist und Songwriter Tony Clarkin ist tot Der Gründer der britischen Rockband Magnum, Kingdom of Madness, starb bereits am Sonntag nach kurzer Krankheit im Alter von 77 Jahren. Das bestätigte Magnums deutsche Plattenfirma SPV unter Berufung auf Clarkins Familie. Nähere Details zur Todesursache wurden nicht bekannt. Ich weiß, dass Tony viele Menschen durch seine Musik auf so viele Wege berührt hat, schrieb seine Tochter Diane Clarkin in einer Mitteilung, die auf der Magnum-Website veröffentlicht wurde. Ich habe wirklich noch keine Worte, um auszudrücken, was er mir bedeutet hat, weil die Trauer noch zu frisch ist. Clarkin hatte Magnum 1972 zusammen mit dem Sänger Bob Cadley in Birmingham gegründet. Mit kräftigen, melodischen Rock-Songs wurden die Briten auch in Deutschland sehr populär. Auch wenn ihre Karriere im Vergleich zu anderen Genre-Vertretern etwas unter dem Radar verlief, erspielten sie sich eine treue Fangemeinde. Clarkin und Catty waren die einzigen konstanten Mitglieder der Gruppe, die vor allem in den 1980er Jahren mit Alben wie On a Storyteller's Night, wie Giel Ante oder Winds of Heaven große Erfolge feierte. Bis zu Clarkins Tod waren Magnum meistens auf Tour, wenn sie nicht gerade im Studio standen. Etwa alle zwei Jahre kam ein neues Album. Das 23. Studioalbum Here Comes the Rain soll trotz Clarkins Tod wie geplant am 12. Januar veröffentlicht werden. Das. Euer Nevek Council Engineers Taiwan Buffalo Schmidt